Ich glaube, ein Outing kann sehr befreiend sein und Familien auch zusammenführen. Ich würde sagen, sucht euch jemanden, von dem ihr wisst, dass er euch liebt. Hol dir Rückhalt in deiner Familie und ich hoffe, du hast echt eine Mama, die dich liebt. Mein Coming-out war ja mit 21. Outen ist eine tolle Sache. Ich habe mich glücklich gefühlt. Ich habe mich richtig glücklich gefühlt. Outen ist gewöhnlicherweise drei Sack Zement von euren Schultern. Traut euch. Als ich es dann langsam dem einen oder anderen gestand, merkte ich, dass ich überhaupt nicht alleine war, sondern man zu mir stand. Also alle anderen wussten es schon, nur ich nicht. Ich habe, glaube ich, geweint vor Glück. Seitdem fühle ich mich ganz und frei. Steht zu euren Gefühlen. Bleibt, wie ihr seid, denn so bleibt ihr auch wahrhaftig. Und wir stehen wirklich hinter euch. Okay, so bin ich halt und so ist es. Und wenn die anderen nicht damit klarkommen, dann... Ich finde, es ist sehr mutig, wenn man dazu steht. Selbst wenn mich manche Menschen nicht verstehen mögen, ich kann besser damit umgehen. Aber die Angst muss man halt auch überwinden können. Und ich denke, auch dieses Projekt jetzt hier ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ich habe da eigentlich meistens das Gefühl, dass ich erstmal denen, die sich geoutet haben, Mut machen muss, Geduld mit den Eltern zu haben, die auch als Eltern ihr Outing erleben. Müssen wir dafür Zeit brauchen. Müssen wir dafür Zeit brauchen.